Wenn der Vater fliegt, denkt er dann, sobald das Licht ihn trifft, an Untergang? Untertitelung des ZDF, 2020 Wer protestiert, muss mit einer Festnahme rechnen. Sicherheitskräfte immer wieder geweihtsam gegen Demonstranten vorgegangen. In Polen hat es erneut Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts gegeben. Mit der Polizei in der Hauptstadt Warschau. Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Oder führt er nur Lebensmittel? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und weiß er dann, dass dieses Licht ihn mit Unendlichkeit belohnt?